Die Cops kommen näher. Bewegt dich, Frey. Verlierer hat sich nach. So viele Züge hier? Ja. Okay. Da ist sie! Komm. Komm her. Komm her. Mann, Alter. Manchmal werden die von den Züge in der Fahrt sehen, als wir es nicht kommen. Du witzig! Die Wichser hat uns gefickt, Alter. In den Arsch hat er uns gefickt, Alter. Hat er gefickt, Alter. Hardcore hat uns in den Arsch gefickt, Alter. Scheiße. Ey. Ey. Verdächtige Gesichter! Nicht mit mir. Ach, schneller, du Nutte. Ich hoffe, dass ich auch vorbei kann. Ich hab was gehört. HAAA! Nice. Und jetzt? Ich hab zufrieden. Oh. 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 Und jetzt? Ja. Ähm. Ja, dann. Da. Dann bin ich da. Oh. 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 Bisschen Anhalter mit. Oh. 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 Und da rennen wir mal. Oh. 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 Niiiice, shit! Das war unter uns, Alter, aber ich hab nur noch rot gesehen. Haha, weil ich vor der Tür stand. Der war gut. Ja, also hier fände ich gut, aber... Der ist wohl nicht. Ich muss mal hier runterspringen. Aua! Ich glaub nicht in die Seite, oder? Noch eine Leiter, alles was rot ist, ist mein Freund. Meistens. Außer Tage. Aber ich bin ja nicht zum Möglichen, Alter. Oder vielleicht doch nicht. Wow, war das knapp, Alter! Oh! Heilige Kartoffel. Einen Knopf drücken. Also wer hier nicht weiter gewusst hat... Scheiße! Ich muss so schnell sein, wie der Blitz... ...zu schaffen uns. Ich kratze die ab. Wir sind selber jetzt in der Zukunft hier. 3-3-3-1. Die Tür gefällt. Nimm den Zug! Ähm... Nimm den Zug? Wieso kommen die? Servus! Oh... Habt ihr das gehört? Irgendwas ist untergefallen. Die Tür gefällt. Die Tür gefällt. Nimm den Zug! JAN! Boah, bin ich gut! Die Tür gefällt. Nimm den Zug! Servus! Ich muss nur noch mal nach vorne gehen. Ich muss nur noch mal nach vorne gehen. Ja, ich bin gekriegt. Das ist heiß. Hä? Nein! Das ist... Irgendwann auch... ...Face ist ja... ...und dann sieht man zu... ...Gestein. Aua! Ah! Ich bin zu weit vorne. Schicke! Nach rechts! Nichts, ich kann es noch besser, aber... Nach rechts und um! Um! Ich bin zu weit. Oh mein Gott! Ich bin zu weit. Jetzt stoppen die Kops die Züge in den Tunnels! Scheiße! Ich habe mich zu gehört. Wieso? Wieso? Jetzt habe ich es versaut! Scheiße! Auf jeden Fall ist der Zug gerade da reingekracht und ich habe versucht, hier zu laufen. Hinter dir kommt ein Zug, also nicht wie raus da! Was? Heime-Gekartoffel! Oh, ich hätte schon mal mehr drauf, Alter! Oh, ich habe die Tür nicht aufgeklick... Gut, Kleine! Wirklich gut! Ach du Scheiße! Und wenn du noch mehr Rager kriegst, kann Zelda raushelfen! Sie hat in der Nähe einen Job! Oh no! Oh shit! Ich muss erstmal die Hose wechseln! Scheiße, Mann! Sorry Leute, dass ich euch einen Moment vorhin versorgen habe, dass das Zug reingekracht zusammen ist! Worüber denkst du nach? Ist auch nicht viel passiert! Ein Mörder! Echt? Ja! Popes! Es gibt morgen ein Treffen im New Eden-Einkaufszentrum! Das sehe ich mir an! Shit, Faith! Warum tust du das? Auf den Hochhäusern will ich auch mal ein Karten haben! Halt dich einfach raus! Mein Smoken! Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet! Meinen Eltern schon! Zumindest hielten sie sie verwehrt, beschützt zu werden! Mom und Dad waren Freunde von Pope! Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit! Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so richtig war! Mark sagt, deine Mom ist gestorben! Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen! Protestmärsche, die ausgeufert sind! Echt hart! Danach sind wir völlig... ...auseinander gebrochen! Dad hat sich selbst nie verziehen und ich... Ich bin kurz danach abgehauen! Ich habe ihn wohl auch nie verziehen! Und dann hast du Murk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt! Kein Witz! Das hat er nie erzählt! Er bot mir an, mich zu trainieren! Das schien mir ein guter Weg von der Straße wegzukommen! Ich hatte auch kaum Alternativen! Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umringen zu lassen! Die haben meine Schwester reingelegt! Ich muss ihren Namen reinwaschen! Das schulde ich ihr einfach! Ich werde überleben! So wie immer! Überleben wird überbewertet! Man muss auch ein bisschen leben! Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen! Kann nicht! Drake hat einen Job für mich! Er meint, ich habe nachgelassen! Also ich muss gehen! Schon okay! Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen! Geh schon! Faith! Vorsicht! Ähm, schläft ihr auch mal? Oder... Vielleicht ist es dieses unter dem rechten Auge da in... so einer riesen Augenträne in Spitzform... Da ist das New Eden Einkaufsdruck! Aber Vorsicht! Völkermeister Kelleyn hatte einen Wahlkampfauftritt! Ein paar Klassen weiter, also gibt es überall Straßenspenden! Aber ich glaube eher ein Tattoo! Richtig geil ist da drüber! Ne, also... Im Gesicht nie... Niemals! Tattoo im Gesicht ist nie... Ach du Scheiße, das ist knapp! Ach du Scheiße, das ist knapp! In den Bereichen 3 und 4 müsste es einen Weg auf die Überführung geben! Tja, wir schauen nicht nach rechts! Unsere Mutter hat uns eigentlich eigentlich beigembracht! Nice! Geht nicht! Der Funk läuft über! Da kommen noch mehr Korps! Der Funk läuft über! Nein... Verarsch mich nicht! Verarsch mich nicht! Ich komm nicht mal da hoch, Alter! In dem Kopf komm schon mal auf dem Wasser! Nach rechts kann ich gar nicht... Hab ich gehört... Da fällt doch... Scheiße, bin ich doof! Ah, bin ich doof, Alter! Naja... Oh Mann! Ich muss auch nicht mehr... HAH! Was war's? Oh no... Oh no... Nehmen wir mal die Treppe! Ich komm... Prozesse sollte sein... Prozesse... Lauf am Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe! In deiner Nähe willst du eine Gasse geben! Da solltest du wieder hoch auf die Decken kommen! Nicht in Richtung, Richtung, Richtung! Soll es nur in Richtung, Richtung, Richtung! Was liegt alles genau da... Es ist gut! Nei! Wieso hab ich bloß auf den Zug gewartet?! Ich hab keine Fahrkarte gehaaab... Das ist... Diesmal... Das... Darum ist es besser immer Spaß! In den Bereichen 3 und 4... In den Bereichen 3 und 4... In den Bereichen 3 und 4... In den Anleg auf diese Führung geben! Scheiße! Mann, das kotzt mich an! Aber wenn ich fail... Irgendwann hab ich doch... Im Moment versaut... Dann bist du ja alle schon wieder... Aber das ist ja eh... Und deswegen... Kotzt es mich an, Alter! Liebel! Liebel kotzt es mich an! Der Funk läuft über! Aber da kommen noch mehr Korps! Toll! Freut mich nicht! Sorry Leute! Sorry, sorry Leute! Tut sehr sorry! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dirkung mal her! Niiiice! Fuck! Spult einfach 10 Minuten! 2 Minuten vor... Und dann bin ich schon... Halt mal bitte, Alter! Ihr habt euch so einen schlechten... Checkpoint hier ausgesucht! Bitte, Alter! Komm schon! Geh lieber rechts! Es wird besser, Alter! Scheiße! So kratzen ist das, Alter! Wie im Geruch damit, um da aufzulegen! Hallo! Der Funk läuft über! Da kommen noch mehr Korps! Wack, Alter! Bitte! Kannst du mal gescheit laufen, wenn ich so... Nice! Ist klar, die treffen mich schon! Lauf an Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe! In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben, da solltest du wiederhoben auf die Dechnikon kommen! Oh nice! Die Gasse ist genau da, wie du siehst! Nimm sie! Aufzug wecken! Oh, Alter! Kein Aufzug! Aber jetzt nicht! Nein! Aber gleich gesteppt, oder? Achso, jetzt muss ich aber irgendwie auf ein Dächer kommen... Los! 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 Das ist logisch! Leichter Aufzug! Wir ziehen uns wieder zurück auf die Dächer! Los! AIE! Und wo wenig Action ist, läuft es überflüssig, Alter! Überüberflüssig! Los! Mehr Action gibt es natürlich, dass es nicht flüssig läuft! Es läuft flüssig, aber ihr merkt es nicht! Naja... N-E-Gren... steht es für N-E... N-E... R... Mit Doppel-Nee... Da hab ich noch ein Bild auch... Oh, ich dachte schon, jetzt kommt wieder so ein Schuppers, der mich von vorne in die Fresser holen... ...und dann vorm Dach schnügt...